Zur Begleitung der Prozedur kann sowohl das TEE als auch das TTE verwendet werden. Ausgemessen wird der Mitralklappenring in AP und medialateral und die Venakontrakta, um sie mit den postprozeduralen Werten zu vergleichen. Zusätzlich kann ein Perikaterguss und im TEE ein Vorhofthrombus ausgeschlossen werden. Zur Kannulierung der Venakugularis ist die Zuhilfenahme des Ultraschalls empfehlenswert. Die rechte Venakugularis interna ist der einzige Zugangsweg. Nach der Punktion und der Inzision wird im nächsten Schritt eine kurze 10 French Schleuse eingeführt. Zur Gewährleistung der festen Position wird die Schleuse anschließend festgenäht. Zusätzlich braucht es noch für die Prozedur entweder einen transfemoralen oder einen radialen arteriellen Zugang. Zur Antikoagulation für die Prozedur werden zu Beginn 5000 Einheiten Heparin verabreicht. Zuerst wird die RCA dargestellt, anschließend die linke Koronararterie in RAO. Wichtig dabei ist eine Durchlauf-Ongiographie der linken Koronararterie in RAO-Caudal 3030, um eine Roadmap zur Sondierung des Koronarsinus bzw. dessen Ostiums zu erstellen. Im nächsten Schritt wird der grüne neuen French Delivery-Katheter als ein Bestandteil des Karelian-Einführsystems angereicht. Darüber hinaus sollte sich auf dem Implantationstisch bereits ein 7-French-Multipurpose-Diagnostikkatheter, hier in blau, zwei Y-Konnektoren mit schraubbaren hämostatischen Ventilen, zwei Dreiwegehähne mit Kappe und einem 35er Führungsdraht mit weicher Spitze befinden. Hier haben wir einen Terumor-beschichteten Draht verwendet. Bitte denken Sie an routinemäßige Spülen der Komponenten. Nach Zusammensetzen der Komponenten und Ausrichtung der Kathederkonfiguration auf 5 Uhr kann das Einführsystem wie dargestellt über die 10-French-Schleuse am Hals vorgebracht werden. Aus der venösen Phase des initialen Angiogramms kann ein Standbild zur einfacheren Sondierung des CS-Osteums generiert werden. Der klinische Spezialist kann zusätzlich hierzu mit dem Stift das Ostium des CS auf dem Monitor bzw. Live-Bild einzeichnen. Im ersten Schritt wird der Draht über den CS und die große kardiale Vene bis in die anterioren interventrikulären Venen vorgebracht. Im zweiten Schritt folgt der Diagnostikkatheter über den Draht bis zur Abzweigung der großen kardialen Vene bzw. anterioren interventrikulären Vene. Abschließend wird der grüne Delivery-Katheder bis zur Spitze des Multipurpose-Katheders vorgebracht. Bitte dabei darauf achten, dass der Draht und der Multipurpose-Katheder ihre Position beibehalten. Dann wird der Draht vollständig aus dem Einführsystem gezogen. Das Backbleeding ist das Zeichen für die korrekte und freie Lage des Katheders im CS-Lumen. Nach Entfernung des Multipurpose-Katheders wird der 5-French-Sizing-Katheder vorsichtig vorgebracht, bis sich sein distales Ende an der röntgendichten Spitze des Delivery-Katheders befindet. Mit dem schraubbaren hämostatischen Ventil wird der Sizing-Katheder dann fixiert. Die Injektion einer kleinen Menge Kontrastmittel über den Delivery-Katheder stellt sicher, dass sich die Kathederspitze nicht in einem Venen-Seiten-Ast befindet oder das Lumen verschließt. Wenn die Katheterposition geeignet ist, wird ein weiteres Venogramm durchgeführt und gefilmt, um die venöse Anatomie exakt darzustellen. Für diesen Schritt sollte LAO-Caudal jeweils 20 bis 30 als Arbeitsebene benutzt werden. Wichtig ist dann, dass ab diesem Schritt die Position des Patiententischs und des C-Bogens nicht mehr verändert werden. Mögliche Kreuzungspunkte zwischen der Koronararterie und dem CS können noch mal konkreter in RAO bzw. LAO identifiziert werden. Im nächsten Schritt werden die Landezonen für den distalen und proximalen Anker des Carillion-Devices vom klinischen Spezialisten direkt auf einem Standbild aus dem Venogramm eingezeichnet. Es werden Besonderheiten wie die Gefäßanatomie und mögliche Kreuzungspunkte mit den Koronararterien berücksichtigt. Zudem ist es wichtig, dass 9 cm Länge notwendig sind, um dem kürzesten Carillion-Device die Möglichkeit zu geben, 3 bzw. 5 cm gezogen werden zu können. Zuerst wird nun der Vergrößerungsfaktor in Millimeter Edge-to-Edge von Marker zu Marker gemessen. Der reale Abstand von Marker zu Marker beträgt 10 mm. Nun werden in der distalen und proximalen Landezone jeweils drei Durchmesser in Millimeter gemessen. Der Durchschnitt unter Berücksichtigung des Vergrößerungsfaktors berechnet und die entsprechende Größe des Carillion-Devices ausgewählt. Hier ein Device in 12 x 18 x 60 mm. Der klinische Spezialist reicht das entsprechende Device steril an. Der mittlere zweite Drehknopf muss bis zum Anschlag entgegen der schwarzen Pfeilrichtung gedreht werden. Das Handle und die Kartusche, in dem sich das Carillion-Device befindet, werden vorsichtig zusammen aus der Verpackung entnommen und auf den Tisch gelegt. Im nächsten Schritt wird das Sizing-Katheter unter Beibehaltung der Position des Delivery-Katheters entfernt. Auch der Y-Connector wird abgeschraubt. Das distale Ende der Kartusche wird nun mit dem Delivery-Katheter verschraubt. Das Implantat wird aus der Kartusche in den Delivery-Katheter eingebracht, indem der weiße Schaft am proximalen Ende der Kartusche in kleinen Schritten vorgeschoben wird, bis die Kartusche den Handgriff erreicht hat. Der zweite Implantat kann durch das Halten des Delivery-Katheters beim Vorbringen assistieren. Das proximale Ende der Kartusche wird in die distale Buchse des Handgriffs eingeführt, der distale schwarze Drehknopf in die schwarze Pfeilrichtung gedreht, um die ovale Kartusche einzurasten. Der Drehknopf wird so lange gedreht, bis das proximale Ende der Kartusche im Sichtfenster zu erkennen ist. Unter Durchleuchtung wird die korrekte Ausrichtung des Diversion-Bump nach innen und damit die des distalen Ankers bestätigt. Der Drehknopf wird weiter in die schwarze Pfeilrichtung bewegt. Dadurch wird der distale Anker vollständig herausgeschoben. Der Crimp-Tube muss in der eingezeichneten Landezone positioniert werden. Dabei wird der Delivery-Katheter an der Schleuse leicht ausgleichend zurückgezogen. Es wird weiter gedreht, bis das Eilet des distalen Ankers vollständig aus dem Delivery-Katheter herausgekommen ist. Der distale Anker wird in der Landezone verriegelt, indem der Drehknopf in die weiße Pfeilrichtung gedreht wird, bis der Delivery-Katheter das Eilet leicht und bündig gegen die distale Crimp-Tube drückt. Dann wieder die Drehrichtung schwarz, bis das Katheterende auf der proximalen Seite der Diversion-Bump angekommen ist. Die Verriegelung des distalen Ankers wird über eine Röntgenaufnahme bestätigt. Zur Kontrolle wird eine Angiografie durchgeführt, um eine Kompromittierung der CX auszuschließen. Wenn es eine signifikante Beeinträchtigung geben sollte, die nicht durch die Gabe von Nitro wie bei einem Spasmus oder durch Ziehen am System behoben werden kann, muss das die Weiß geborgen und wieder entfernt werden. Der Drehknopf wird weiter in die schwarze Pfeilrichtung bewegt, bis das Katheterende am distalen Ende des proximalen Ankers angekommen ist. Unter der Durchleuchtung wird Zug auf das System ausgeübt. Dabei wird mit einer Hand die Schleuse stabilisiert und mit der anderen Hand der Handgriff gehalten. Es wird begonnen, Millimeter für Millimeter am Delivery-Katheter zu ziehen, bis das Crimp-Tube des proximalen Ankers in der eingezeichneten Landezone angekommen ist. Unter Beibehaltung des Zuges wird parallel ein Corona-Angiogramm durchgeführt, um mögliche signifikante Beeinträchtigung der CX ausschließen zu können. Unter gleichbleibendem Zug wird der proximale Anker in der Landezone freigesetzt, indem der erste Drehknopf weiter in die schwarze Pfeilrichtung bis zum Anschlag gedreht wird. Die Spannung kann nach Bedarf angepasst werden, um den proximalen Anker in der Zielposition zu halten. Der proximale Anker wird in der Landezone verriegelt, indem der mittlere Drehknopf in die schwarze Pfeilrichtung gedreht und damit der innere Pusher-Katheter vorgebracht wird. Dieser drückt das Eyelet leicht und bündig gegen die proximale Crimp-Tube. Anschließend wird in die entgegengesetzte Richtung gedreht, bis der Pusher-Katheter wieder im Delivery-Katheter ist. Unter Filmen wird bestätigt, dass das Eyelet am Crimp-Tube verbleibt und der proximale Anker damit gelockt ist. Eine zweite Projektion in Kranial dient der finalen Bestätigung. Der Zug auf das System kann jetzt nachgelassen werden, da sich das System selbst im Gefäß hält. Es sollte kontrolliert werden, dass das Device nicht wandert oder seine Position in der Vene verändert. Zum Ausschluss signifikanter Beeinträchtigungen werden Koronarangiogramme für die linke und rechte Koronararterie durchgeführt. Anschließend werden die Messungen im TEE bzw. TTE in den identischen Projektionen wie vor der Prozedur wiederholt. Jetzt wird überprüft, dass beide Anker gesichert sind. Abschließend werden Hämodynamik, Stabilität des Patienten und das EKG beurteilt. Um das Carillion-Device nun schlussendlich freizusetzen, wird am Ende des Handgriffs die rote Entriegelungssicherung in Pfeilrichtung gedreht und entfernt. Der letzte schwarze Drehknopf wird acht- bis zehnmal in Pfeilrichtung gedreht. Unter Durchleuchtung wird weiter gedreht, bis das Device vollständig entkoppelt wurde. Anschließend werden Handgriff und Delivery-Katheter aus der Schleuse herausgezogen. Die Zugänge an Vene und Arterie werden zuletzt entfernt und verschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017